Das Schreckens. 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 Man, natürlich musst du nachlassen, Alter. Das ist ein Stück Scheiße. Alter, ich hatte richtig Glück gerade. Alter, ich kann mich ja gleich nochmal. Ich auch nicht. Ich treffe ihn weniger als wenn ich von unten gefeuert hätte, wenn ich ehrlich bin. Meine Korrosion, wenn die trifft. Ich habe die Schnauze voll, ihr könnt sie eine Weile herein verhauen. Auf jeden Fall ist er schon halb weg. Ich habe die Schnauze voll, ich habe die Schnauze voll. Ich habe gerade einen Dude eingefroren. Und fliegt so auf den Boden zu und zerstellt einfach und ist kaputt. Und hat drei Viertel Leben noch gehabt oder so. Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Auf jeden Fall wird es angezeigt wo es ungefähr lang läuft. Jo. Ne, ne. Oh, das hat mich vorherwischt. Scheiße. Das wäre ärgerlich. Ja, gut, aber Munition, Ruhe noch nicht. Nichts geht im Rang, ich bin sicher, dass wir das schon bald wiederholen werden. Ähm, warte mal, lass mich mal sehen. Nichts Gutes gewonnen hast du sicher. Ne, ich hab zwei Eis und die eine Korrosionsschaden halt und eh nur mit Feuer, aber die ist jetzt absolut nicht so... Du hast dich nicht von dir versteckt! Das... Äh, die Tanta. Nee. Alter, was sind hier für viele Gegner hier gerade? Ich hau wieder hoch auf den Turm. Ach, die wird sich ja übel jetzt. Alter, im Flug zerlegt worden. Nichts auf eurer öffentlichen Massaker, Massaker, Massaker. Wir sind schwulen Ernst-Magier-Scheiß. Alter. Ist das euer Ernst gerade? Ich helfe dir! Ich helfe dir! Zum Dankeschön! Ey, manchmal mach ich übelst Korrosionsschaden an dem... an das Zeug und manchmal macht der gar nix. Und zum Fick. Ich helfe dir! Ich helfe dir! Ich helfe dir! Jetzt geht's! 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 Hey, da... wo warst du hin? Ich hab dich gerade gar nicht gesehen. Ich kümmere einer von uns, dass der Typ stirbt. Da müsst ihr schon mehr bieten! Reiß dich zusammen! Ich bin gerade hochgesprungen und stand da drüber und hab nichts abbekommen. Einfach nur, weil ich viel zu hoch fliegen war gerade. Einfach nur, weil ich viel zu hoch fliegen war gerade. Einfach so ohne Grund. Jetzt hat's mich erwischt. Ich weiß nicht. Jo! so macht er gerade so viel unfassbaren schaden das gibt es ja gar nicht vorsicht 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 dieser komischen stromscheiß der geht mir auf den sack so jetzt hat er gerade richtig schaden kassiert sehr schön alter satan hat ja auch bei einer richtig kritis was trotzdem noch eine million gegner haufen scheiß den man verkaufen kann mehrere tausend einnahmen hier ungefähr auch alter hier liegt ja richtig viel kohle unten 2000 da war es ja auch bei mir alles rot 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 alles gar nicht nutzbar aber egal 250 schaden für ein schauschützengewehr ist nicht so top 300er schaden feuer laserwaffe das ist geil du 24 eine granate die 1586 schaden macht eine granate die 1586 schaden macht 24 20 1100 1131 schild ne 12 21 12 23 23 24 25 Wie sieht denn das hier denn aus? Die Blase hier. Grafik verpackt. Alter. Äh, ich bin tot. Ich bin tot. Könntest du mir... Ja. Wenn ich jetzt auch überlege, wie, äh... krass der Levelunterschied ist, sollte das auch so viel sein. Ja. Ah gut. Wenn ich überlegt, wie, äh, krass der Levelunterschied ist, sollte das auch so viel sein. Yo, ein Schuss abgegeben, musste nachladen. Von der Korrosionswaffe. Das verunsichert mich jetzt ein wenig. So. Ich auch nicht. Man, zieh dich mal um, das ist doch der Hammer. Ich meine, wer würde nicht irgendwas aus dieser Kammer wollen, oder? Noch besser, alles. Alles. Das ist absoluter Wahnsinn, wie viel Schaden die machen. Ich habe nur noch 283 Munition. Ich muss wohl auch die nächsten 10 Wochen zu Hause bleiben. Genau. Wenn ich die eingefroren habe, dann kriegen die echt derart viel Schaden, das ist nicht mehr witzig. Das hätte fast gekitzelt. Jo. Es geht los. Los. Man, kann doch wohl nicht wahr sein gerade. Komm, steht auf. Schon Dank dafür. Was? Was? Mach ihn. Bevor der Verrecht wärst. Hälter. Ein eridianischer Schild blockierte unseren Weg. Wir feuerten darauf, richteten aber nichts aus. Also holten wir eine schwerere Kanone. Das Resultat war nicht perfekt. Aber wenn wir schnell waren, reichte die Zeit, um durch den Rest zu kommen. Bevor der Schild sich wieder aufbaute. Wer braucht einen Helden? Jo. Wir müssen hier lang. Wir müssen hier lang. Wie ganz normal. Alter, was hat mir grad wieder so viel Schallen gemacht? Ich helfe dir! Ich auch nicht. Müssen wir uns wohl doch nochmal zurückziehen, Munition holen und alles nochmal. Ja, würde ich vorschlagen. Ach, scheiße. So tödlich verwundet. Alles schickte ihn. Keine Muni mehr. Keine Munition mehr. Ich mache eine Kiste auf, 250 Munition drin. So leiser war. Wir haben Luft und wir stehen zum Verbindhelm. Ich bin super toll. Ich bin super toll. Ich bin super toll. Ich bin super toll. Alter, wie immer noch mehr Siborn hier. Hinter dir. Krass. Das ist gerade ein Witz dazu oder was? Achso. Jetzt wird es mich erledigt. Haha. Das wäre nicht schlecht, ja. Das ist gerade ein Witz. Das ist gerade ein Witz. Das ist gerade ein Witz. Ich bin richtig. Kurz davor konnte ich absolut gar keine Munition mehr zu haben. Ja, Wahnsinn. Kannst du mir helfen? Das ist gerade ein Witz. Ja, MP. Ich muss sagen, meine Raumschiffe da, die bin ich absolut zufrieden mit, also. Wir müssen das ganze Volk abschlachten, ihren einzelnen. Das Ding ist größer als ich gedacht habe. Wie tief reicht das eridianische Zeug runter? Auf z.B., nicht so riesen. J-Jack ist nicht so riesen. Jo. Ich zerkloppe die jetzt schon mit der V-Taste mehr, wenn ich die eingefroren habe, bis ich gar nicht so viel Schuss verballere. Äh, andere Seite ist auch was in Ausrufezeichen. Ist das noch weiter weg? Wieder so'n komisches, hässliches Ding. Äh, eben war da so'n Zähler aktiviert worden. Ich krieg übel Schaden. Jo. Ich bin einfach da mittendrin. Ohne irgendwas. Ne, ich bin halt voll. Du bist doch so gut wie neu. Waren nicht viele Teile übrig von dir. Ja, irgendwie, das kann auch weiter, äh, das kann auch sein, dass das außerhalb ist, ähm, dass wir irgendwo mal falsch abgebogen sind. Wenigstens das. Hä, das wird echt kritisch. Ja, das stimmt. Ja, so'n Automat, genau. Aber, äh, die wissen, wo sie ihre Automaten hinstellen, ja? Egal welches, äh, verschrobene Loch hier auch immer, äh, ein Automat steht hier überall. Ja. Mö, ja. Hm. Hm. Gefecht für Saffedon! Ich werde mich nie daran gewöhnen, was für ein dämlicher Name! Was für ein Spaß! Ist das... Die haben eine Kanone hier unten? Sie hat der Kanone einen Weg ins Schlag frei! Gefecht! Alter, schießen die jetzt ab! Ja, stimmt! Alter, der hat mich gerade jetzt fast weggerupt mit dem einen Angriff! Okay, ich bin weggerupt! Alter, kein Wettbewerb! Geh! 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 Oh, nö! Die sind unsichtbar an der Scheiße! Geh! Die hat's erwischt! Geh! Ich auch! Geh! Ich bin weggelekt! Geh! 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 Geh auf! Nee! Komm nicht ans Optionsmenü. Okay. Mal sehen. Yo. Das sieht aus. Das sieht aus. Sehr schön. Das ist uns ein Pass. Ja. Ja, auf jeden Fall. Jo. Das ist einfach nur ein Fahrstuhl. Der Kern besteht aus dem ganzen Universum. Und da ist ein Job. Was für ein Job? Ich bin ganz aus dem Häuschen. Kannst du sie sehen? Da wollen wir hin. Sie gehört praktisch schon mir. Zittere ich? Schöne ich aus, als ob ich zittere? Ach so, du siehst mich ja nicht. Stell dir vor, ich würde zittern. Es ist so, Jack. Oh, hey Lilith. Wie läuft's denn immer so? Jack, du und deine Kammerjäger haben eine Chance von hier abzuhauen. Ich hoffe sehr, ihr tut es nicht. Aber... Oh, Baby. Du wirst recht hübsch sein, wenn du stirbst. All das Ego und die Chuzpe, die du durch die Einschusslöcher rauslaufen. Was? Bereits hätten Lohn zu kassieren, Wilhelm? Nach all dem Mist, den wir erlebt haben, würde ich das hier umsonst machen. Viel Glück! Äh, warte, ähm... Ich will bloß mal was ausrüsten, wenn das besser ist. Ach ne, S24, so eine Scheiße. Äh, warte mal. Wie viel Geld habe ich denn? Äh, 28.000. Ja, ich habe eigentlich auch noch ein paar Sachen zum Verkaufen, aber... Da wieder zurück? Ne. Okay. Genau. Das ist gut.